Norddeutscher Rundfunk 2021 Wild in black Look at all these mad hopes Dying beers With lost control Don't lose sight Don't lose sight Everything's got a price Da kommt was raus Hallo We don't have the time To recover Das ist wieder so ein Lied, das mir dann im Kopf rumbudelt jetzt drei Tage Everyone knows It needs changes But no one likes to think about Their habits Ich achte gar nicht aufs Klavier, weil ich ihre Stimme so mag Ich mag diesen Jazzgesang, diese Amy Winehouse Technik, gemischt mit so einer Phoebe Bridges Stimme irgendwie Oh, we're in trouble We don't have the time To recover Wenn ich mich dann ins Klavier und spiele, ist das totale Freiheit, weil Emotionen haben keine Gründe und deswegen braucht man sich auch nicht dafür entschuldigen Hatte ich gerade Feedback oder was war das? Oh, das war sehr hoch Das wäre so hoch, da muss man erstmal kommen, aber vielleicht muss man auch gar nicht so hoch kommen Man spielt das, was rauskommt und man entschuldigt sich nicht dafür, man macht es Und das alles hat so einen ganz, ganz freien Raum, den Sprache auch hat, aber ich fühle mich einfach viel wohler dabei Ego, we're in trouble, wir haben zu viele gute Leute hier in Berlin So vollkommen ohne irgendwie aufgeregt zu sein Wie geht's dir jetzt? Besser Vielen Dank, dass du für uns aufgetreten bist Dankeschön Hat dir dieses Video gefallen? Dann abonniere unseren Kanal Falls du die Folge verpasst hast und streamen möchtest, dann mach das hier auf RTL Plus Und für mehr Highlights und Auftritte von The Piano klickst du jetzt hier